Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Golf It! Zusammen mit Maudado, Zombie und der Palette! Bewertet den Part und viel Spaß! Wir spielen heute zum ersten Mal eine Custom-Map und zwar die beliebteste... Ohhhh, die es auf der Welt gibt! Das ist aber nur ne gerade Strecke! Ach, scheiße! Ach, zu stark! Warum wird mir erklärt wie das Spiel ist? Ach, jetzt ist es weg! Der wurde mir auch erklärt, ist vielleicht neu! Ist vielleicht neu, wie man spielt! Boah, das war nice, ne? Könnt mal klatschen! Willst du dich nicht verlieren, Manu? Ey, ja, ey! Der wartet doch immer nur die ganze Zeit! Er hat erst ein dritter Zug! Ja, aber er hat ja schon mehr als wir! Wir haben alle zwei! Ja, ich hab nur gewartet, weil ihr da vor mir wart! Nice! Guck mal! Schon mal nicht ganz hinten! Doppelt so viel! Platz 1, Manu! Einer mehr Punkte, gleich mehr Sieg! Ja! Huiiii! Puppe, guck mal! Ja, wir strecken jetzt so im Vergleich zu der letzten Map! Ja, mit Teleportation und... Ach, äh! Dein Hut! Wie kann denn jemand auf dir drauf stehen bleiben? Das geht gar nicht! So, Palette! Warum bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Nein! Nein, ich bin gar nicht! Oh nein! Okay! Nein! Ich dachte gerade, dass du bist auf einer anderen Bahn! Was machst du denn, Odardo? Ja, erst war ich fast da! Und dann habe ich rückwärts geschlagen! Achso! Warum? Keine Ahnung! Ach, du bist wieder zurückgedreht! Er wollte mehr Loopings! Ja, ich will mehr Punkte! Achso! Ja, dann bin ich! Boah, ich baue auch ne Map! Wo man nur teleportiert wird und man gar nicht ans Ziel kommen kann! Nice! Ja! Ja! Die Scheiße kannst du dann schön alleine spielen! Hier, Leute! Meine Maps! Ich sehe so viele Flaggen! Welche ist die richtige? Ja! Dann bewertet das die ganze Community gut! Oh, die ist geil! Dann ist die Scheiße! LOL! LOL! Zwei Hole-in-One! Warte, bleib! Nice! Hä? Nice! Hey, du hast nur dich selber! Wie geht das denn? Bist du mit ne Beton-Kugel-Paluten? Ja! Er ist aber auch stark! Ich habe in letzter Zeit ein bisschen gut gegessen! Du bist ja trainiert haste! Alter, Manu! Maudado hat gewonnen! Hä? Warte! Oh ne, ich wollte gar nicht schlafen! Hä? Warte, warte, warte! Warum liegt hier woanders als ich? Ui! Achso, da ist dann! Warum liegt hier woanders als ich? Komm schon, Manu! Gönner Laune! Nö! Ihr gönnt mir auch nie was! Ich musste erst mal hier rüber schießen! Ich guck mal meine Punkte an! Hä? Ich habe es nötig! So! Ja! Ach komm! Da hätte ich dich auch reinkicken können! Danke! Hi Freunde! Danke Zombie! Ey! Zombie ist ein richtiger Gönner! Ich bin ein Gönner! Ja! Aber warum bin ich woanders gespawnt als ihr, weil ich Erster war? Keine Ahnung! Krieg der Erste hier Nachteile auf der Map? Wir waren doch gerade gleich weit! Ja, aber ich war weiter oben in der Tabelle! Na! Das war Korruption! Dein! Ein Fehler! Suchst du gerade einen Videotitel? Ja! Das war ein Fehler! Der größte Fehler! Ne zu kurz! Meines Lebens! Ja! Ey! Leute! Der unfairste Start aller Zeiten! Ja! Nein! Och Mann! Wuuu! Alter! Das erste Mal ein Hole in One! Kannst du mich bitte mal da? Das ist ein Gönner! Ja! Der kommt hier drunter! Dann entschuldest du mir aber! Ja! Oh ja! Okay! Danke! Ja! Ich weiß aber nicht ob der Dampf was macht! Oh! Oh! Balloon! Der Dampf ist einfach heiß! Aber war trotzdem mein zweiter Schlag! Ich hab drei gebraucht! Keine Angst! Aber ich war ein Gönner! Du warst ein Gönner! Oh! Ja! 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 Ach Mann! Wir sind One schon wieder! Ach Mann! Ich muss aber stärker schlagen! Genau! Ja! Du hast es doch! Komm! Bitte bitte! Ach Mann! Ach nein! Nein! Dann immer genau in die Zwischenstelle! Jetzt bin ich nicht mehr vorne! Jetzt hab ich nicht mehr den Druck! Ja! Ah! Ey! Er hat seine Kraft nicht ohne Kontrolle! Ja! Ich auch nicht! Vollgas gegen den Baum geschossen! Und dann fall ich! Mich jetzt wieder nicht! Ne! Ist doch gut! Ja! Oh ja! Spitze! Wir sind gut Zombie! Zombie einfach ein bisschen fester! Ich komm! Ja! Ich mach grad entweder zu fest oder zu schwach! Mach ein Dreiviertel-Viertel-Takt Achter! Ui! Oh! Baller einfach! Ich hab schon siebenmal auf der Wiese gelandet! Ja dann auf mich! Mach es! Ja! Der geht rein! Genau! Der sag ich doch! Leute! Nein! Ein Dreiviertel-Viertel-Takt Achter! War das! Ja! Was? Was? Hallo! Oh nein! Ich bin so... Ach man! Ich hätte ein bisschen Sport machen sollen! Fast hold in one! Und ja! Ja! Lol ist das Ziel groß! Oh Paluten schießt das! Ja! Da ist doch gar nicht das Ziel! Was ist das denn? Doch doch! Das ist ein großes Ziel! Echt jetzt? Ja! Hä? Lol! Hahaha! Zu groß für dich scheinbar! Hahaha! Zu klein für mich meinst du! Hahaha! Igau! Lol! Bei mir ist richtig! Wo... He? Hallo! Nein bei mir ist nicht richtig Paluten! Warum sagst du das Zoffel? Das verstehe ich gerade auch nicht! Der dir aber verarscht! Ich glaube du könnt mir vertrauen! Aber jetzt glaube ich Manu veräppeln! Ja! Nicht Paluten! Als ob ich dann zu dir gehen würde! Ich glaube dir doch gar nichts mehr! Vertrauen ist hier... Vorbei! Ach komm! Was war das denn? Hey Modado! Willst du da vorgehen? Dann helfe ich dir! Mach jetzt ein Skillshare! Also jetzt... Aua! Ich bin auf der Wiese! Hey! Danke Paluten! Was denn? Was war das denn? Hä? Ich wollte dir helfen! Ach er ist drin! Hast du gerade... Achso ich dachte schon Modado wäre wieder... Ui! Wow! Wow! Wie kann man das denn so hart verkacken? Juhu! 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 So, ich mach das selber mit euch. Ich mach das selber mit euch. Ich hab dir die ganze Runde nichts angetan. Gar nichts. Was denn? Wart ihr mal. Du wartest hier mal. Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Ah, Mann. Okay. Jetzt hättest du ihm noch helfen können. Nee, der ist erster. Will ich nicht mehr, aber... Ich wollte schon sagen. Lol. Ja! Hä? Achso. Oh, ich bin perfekt. Nein, 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 nein. Wieso lande ich denn so schief? Oh, nee. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja! Wieso bin ich so schief gelandet? Das Ding ist, glaub ich, schief. Achso. Boah, wie leicht du das gemacht hast. Krass. Hallo. Na, ja, 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 ja. Ja. Lande doch! Nein! Nein! Platsch. Hallo. Platsch, platsch. Mann! Fünf. Alter, Maudaro ist jetzt mega weit vorne. Ja, aber das kann sich alles ändern in einem Runde. Räumen mal ein bisschen, Maudaro. Oh Gott! Alle, ja, alle gleichzeitig. Wuh! Nein, zu weit! Oh, wie wurde ich denn da gestoppt? Ach, komm. Was war das? Ach, nein. Ich... Oh, ja. 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 Ich bin ich Erster. So, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von Goldfeet. Lasst eine Bewertung da, wenn's euch gefallen hat. Du bist gar nicht Erster. Ich muss Frust essen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo. Was denn? Das hab ich gar nicht erwähnt. Ach, komm. Ach, komm. Schau nicht bei Manuel vorbei. Was? Oh. Ich war zu stark. Du bist eh zu weit vorne, oder? Ist alles okay. Was ist das denn? Oh, scheiße. Oh, wie knapp du uns was eingefallen bist. Schnell rein. Alter! Na? Komm doch mal näher. Hä? Oh, jetzt kannst du durch mich durchschießen. Ah, bringt. Alles klar. Nice. Probier was. Oh. Okay. Ach, R drücken zählt aber... Zählt das noch? Nee. Doch. Nee. Oh, okay. Wie geht's dir, ne? Nice, nice, nice. Nice. Ihhh. Mist. Scheiße. Nein, ich hab nochmal R gedrückt, außer... Flex. Das war nicht so cool. Oh. Oh, und das Brett. Oh Gott. Mann, dass man immer aus diesem Wasser so hoch gesprungen wird, das kann einen auf Dauer echt nerven. Ehhh. 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 Oh. Boah, Alter. Geronimo. Da wollte ich aber viel. Ja! Ihr müsst nur Geronimo sagen. Geronimo. 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 Oh. Ja, ne. Schammer nicht. Ja, Maudado hat's ein bisschen gehalten. Ja, aber bei Maudado hat's auch ein bisschen mehr in Brunst. Ihr müsst halt... Geronimo. Geronimo. Ja. Da, siehste? Nein, du musst sagen Geronimo! Ne, zu spät. Hä, was hast du auf der Map gemacht, Manu? Ich glaub, weil ich immer R oder F oder so gedrückt hab. Ich weiß es nicht. Wer wird's denn? Ich hab immer 10 mal R gedrückt, weißt du? Hä? Hallo. Da ist ein Stein im Weg. Okay. Voll gemein. Hä? Was ist... Was ist das denn? Oh, sorry. Ich schwimm im Water. Ich auch. Oh, Maudado schon beim Ziel. Oh Gott. Paluten. Hey, ja stimmt. Das war echt einfach nur, weil ich R gedrückt habe. Drei Züge. Das hat dann immer zwei gezogen. Nein, verdammt. Komm schon. Ach, Paluten hat's. Ja! Ja, GG. Ja, ja, ja. Aua. Nein! Nein! Ja, fast. Okay. Jetzt hab ich's aber, oder? Ja. Er schafft es. Oh. Ach komm. Ach komm. Und... Zombie hat gewonnen. Fast die 100 Punkte. Uh. Fast mal ne Punktzahl. Okay. Dann bewerte mal den Part. Schaut bei den anderen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dschüss. Tschüss.